Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Two Point Campus. Ich hoffe, ihr habt Lust und Laune mitgebracht und ein bisschen Zeit, denn wir werden jetzt weiterspielen. Also lange Rede, gar kein Sinn, los geht's. Wir haben ja mittlerweile Mitten University freigeschaltet, aber, liebe Freunde, dort werden wir uns noch nicht hinbegeben, sondern wir werden hier fortfahren mit unserer Piazza Lanatra. Ich wollte es euch bloß kurz zeigen, dass wir mit diesem einen Stern, den wir da hingekriegt haben, jetzt die Mitten University freigeschaltet haben. Aber wie gesagt, Piazza Lanatra geht weiter, definitiv. So, wir haben ja ein neues Jahr, was wir starten wollen. Was? Wir werden keine Freunde? Doch, wir werden heute richtig gute Freunde werden, denke ich mal werden. Denke ich mal werden, das klingt auch gut. So, und zwar werden wir hier hinten erstmal noch ein paar neue Schlafsäle bauen. Das ist das, was ich noch nicht gemacht habe, bevor wir das neue Studienjahr starten. Und wir werden mal schauen, wie wir die jetzt hier wunderbar einrichten können. Kollision Bett. Na, das ist schlecht, dass hier eine Kollision stattfindet. So, dann müssen wir uns mal schauen, wie wir den hier so wunderschön reingefriemet kriegen. Geht der noch ein Stück höher. Ja, schaut mal, legt der richtig hoch. Zack, da nehmen wir den hin. Und dann werden wir einen Mülleimer hinbauen. Und einen Schreibtisch. Na, komm. Zack. Und wir hatten bei schwarz, hatten wir noch diesen wunderschönen lilanen Teppich. Eine Testdurchsage. Eine Testdurchsage. Test, 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 Test. Zack, dann müssen wir den hier nochmal kurz aufheben. Und dann werden wir noch eine kleine süße Blume hinstellen. Aber die passt doch da nicht so hin, oder? Nee, die haben wir noch ein Stückchen weiter drüben hingeschafft. So, dann werden wir uns einen schwarzen oder dunklen Kleiderschrank, besser gesagt, hinstellen. Der kommt da hin. Und dann brauchen wir das Ganze nochmal in braun. So, einmal braun. Das Ganze machen wir auch nochmal hier in schwarz. Zack. Na, der sieht aber hier komisch aus. Das wird ein Tierfreund der Sonne. So, dann zwei Mülleimer. Ich sagte zwei Mülleimer. Einmal hier hin, einmal dorthin. Zwei Pflanzen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen einmal den lilanen Teppich. Zack. Und einmal den in... Welcher Farbe war das denn? Dieser gepunktete, wa? Nee, grün. Okay, grün hatte ich jetzt... Nee, grün war das doch nicht. Der Teppich kommt, Leute. Der andere Lilane. Der Lilane, oder? Genau. Nee, der gepunktete Lilane war... Jetzt hab ich mich, glaub ich, vertan hier. Genau, jetzt hab ich mich vertan. Der Teppich kommt nicht hier hin, sondern... Ach ja, Leute. Wenn man hier einmal richtig bauen will. So, der kommt da hin. Und dann kommt der Lilane. Das eine war pink, das andere war lila. Zack. So sieht er schon viel, viel besser aus. So. Und dann haben wir noch gesagt, wir brauchen einen Kleiderschrank. Jetzt hab ich den komisch gebaut. Jetzt weiß ich, was hier so komisch aussieht. Leute. Ich habe es verkehrt hier rumgebaut. So. Jetzt wird ein Schuh draus. So. Jetzt wird ein Schuh draus. Mensch. Nicht mal das kann ich hier ordentlich, dass ich baue. So, dann einmal hier den hin. Und da kommt der Dunkle hin. Verzeiht, Leute, dass das hier so ein bisschen chaotisch gerade aussieht. So. Aber wir haben auf jeden Fall hier ordentlich an Schlafplätzen gewonnen. Doch, das sieht gut aus. Wir zählen mal kurz durch. 15, 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Und ich glaube, das wird nicht reichen. Wir kriegen 51. Gut. Was machen wir mit dem einen? Ist uns das egal? Uns ist das jetzt mal egal, würde ich sagen. Was wir noch schauen sollten, ist, was personaltechnisch angeht, alles. Wir haben die Dozenten, die Studierenden. Was sage ich denn hier? Den Studenten? Äh, die Dozenten, so rum. Und die sind alle beschäftigt. Das heißt, wir sollten uns noch dort einen neuen gönnen. Den finde ich ja schon ganz cool hier. Juliette Corp. Ist das ein Mann? Das ist eine Frau. Aber nicht für das Geld. Dann würde ich sagen, nee, Tonnenblindheit möchte ich auch nicht haben. Fass ohne Boden kriegt ständig Hunger und wir können uns das Seh nicht leisten. Hahaha, wer hätte es gedacht? Na, dann starten wir einfach das Folgejahr so. Und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Folgejahr starten. Ja, los geht's in ein neues Jahr. So, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt wird. Wir werden das Ganze mal ein bisschen schneller gestalten. Und dann schauen wir mal. Ich bin wirklich sehr aufgeregt ein bisschen, muss ich sagen. Was denn hier? Wer ist das hier? Wer bist du? Süßes Kochen zu weit weg. Warum? Lebt damit, dass es zu weit weg ist. Hm. Ja gut, es ist wirklich schon ordentlich weit weg. Aber, Leute. Lebt damit. Sag ich mal wieder. Lebt damit. So, wir haben eine neue E-Mail bekommen. Tag der offenen Tür. Ja, wir nehmen das natürlich an. Und dann hoffen wir, dass wir viele Studenten hierher kriegen wieder. Und wir könnten ja mal schauen. Wir sollten ja noch ein Koch-Duell machen. Ein County-Koch-Duell. Wo wir das hinplatzieren könnten. So. Wir könnten das hier hin machen. Event planen. Dann buchen wir das Event mal gleich. Zack. Und wir könnten im Vorlesesaal 1 noch eine Komödie machen. Ach, kann man nicht machen. Kostet zu viel Geld. Wissenschaftslabor können wir auch nichts machen. Aufenthaltszimmer. Das können wir auch nicht machen. Studierendenzimmer. Das kostet auch alles zu viel. Dann tut es mir leid. Da werden wir dann erstmal nichts bauen können. Oder nichts planen können, besser gesagt. So, monatlicher Gewinn. Guckt euch das an. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. 23.000. Und annehmen. Es wird ein Mikroskop benötigt. Das werden wir jetzt bauen. Und jetzt müssen wir bloß mal gucken, wie wir das hier so wunderschön noch unterkriegen. So, würde ich sagen. Stellen wir das hier in der Mitte. Zack. Und dann hätten wir auch das Mikroskop gebaut. Und jetzt werden wir uns aber noch um einen Dozenten, nicht Studenten, kümmern. So. Fast ohne Boden. Kriegt ständig Hunger. Ja, den nehmen wir. Komm. So. Dann haben wir wenigstens noch einen Nachhilfe-Dozenten. Das finde ich gut. So. Dann werden wir mal schauen, dass wir uns hier mit dem Raum noch mal ein bisschen beschäftigen. Der gefällt mir noch nicht ganz so. Da könnte noch ein bisschen mehr passieren. Wohl. Hm. Ne, wir werden uns eher um die Clubs kümmern. Das ist eher so mein Plan. Beziehungsweise noch einen Schlafsaal bauen. Das ist noch der Plan, den ich dann da war. Was ist denn hier? Hier ist noch eine E-Mail. Wassermarsch. Durchschnittliche Getränkwertung von 70 Prozent annehmen. Ja. Nehmen wir gerne an. Wir werden uns wie gesagt um die Clubs kümmern. Da habe ich auf jeden Fall noch Laune drauf. Und zwar werden wir, jetzt muss ich jetzt mal gucken, wo waren die Clubs? Da Clubs-Sachen. Wir werden uns diesen Haufen hier mal nehmen. Hallo. Und den Haufen, den finde ich eigentlich ganz passend, wenn wir den direkt hier hin schnarchen. Und hier vorne werden wir uns noch ein kleines Badezimmer bauen. Ja, kommt, lasst uns das mal ein bisschen größer gestalten. Zack. So. Und reicht das noch für ein, zwei Waschbecken? Naja, für ein Waschbecken auf jeden Fall noch. Dann werden wir hier noch ein Waschbecken hinschmeißen. Zack, das war wenigstens... Stufe 11. Das ist doch auch schon mal ganz gut. So. Und der kommt mal hierher. Und den werden wir... Mh... Werden wir den hinschnarchen hier. Ja, komm, den schnarchen wir erstmal hierhin. So. Wieder einen ordentlichen Gewinn eingeheimst. Das gefällt mir. So. Und weil wir so viel Gewinn jetzt eingeheimst haben, werden wir... uns... definitiv noch einen weiteren Schlafsaal platzieren. Und jetzt müssen wir mal überlegen, wie machen wir das denn? Hm. Ich hätte ja hier hinten gerne weiterhin diese ganzen Vorlesungsseele. Und ich überlege, ob wir uns einen Schlafsaal noch hier mit reinbauen. Das werden wir machen. Wir werden uns noch einen Schlafsaal hier mit reinbauen. So. Der muss zweimal zwei sein. Und wir werden ihn... Ja, komm, drei mal zehn ist okay. So. Dann gibt's einmal eine Tür hier. Und jetzt beginnt er wieder das muntere Betten schubsen. So. Wir hatten hier drei. Also werden wir das eh nicht machen. Eins, zwei... So. Und da fängt schon an, dass wir hier mal kurz wieder schubsen müssen. Und dann... So. Oh, nein. So. Wieso ist der so schmal jetzt hier? Das geht ja auch gar nicht. So, zack. Dann hätte ich gerne das. Das. So. Einmal hier weggeschubst. Und das kommt so hin. Und das so hin. Und dann kommt hier noch eins hin. Genau. Das hier würde ich gerne noch freilassen, die Ecke hier. Und dann bauen wir hier ein großes Fenster ein. Hier ein kleines, ein kleines, ein kleines. Und dann werden wir hier ein Bett einbauen. Und da ein Bett einbauen. Und dort ein Bett einbauen. Mülleimer, Mülleimer, Mülleimer. Und jetzt wieder... So, wie war denn das jetzt mit dem Schreibtischen... Äh, mit dem... Teppichchen gewesen? Also, der lila Teppich hier... ...mit den... ...Punkten war bei dem... Ich nenne es jetzt mal Echtholz. Also, hier. Dann war der grüne Teppich war, glaube ich, bei schwarz. Nee, bei weiß. Oh. Okay. Ich habe nichts gesagt. Zack. Und dann war der hier. Da. So. Dann brauchen wir hier ein Schreibtisch. Hier ein Schreibtisch. Und hier ein Schreibtisch. Eine Pflanze, Pflanze, Pflanze. Und unsere Schränke passend zu den Betten. Habe ich das jetzt richtig reingemacht? Nein, natürlich nicht. So. Hier. Da kommt der rein. Da kommt der rein. Und hier kommt der rein. So. Dann möchte ich hier hinten noch einen Kräutergarten haben. Zack. Und ich möchte gerne noch ein Schlafanschlagsbrett haben. Einmal da. Ein Desinfektionsspender. Und ich glaube, das lassen wir jetzt erst mal so. Das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Genau. Zack. Haben wir noch einen Schlafsaal gebaut. Das sieht doch ganz gut aus. So. Was haben wir denn hier noch? Bericht. Zwei Bewerber für Gastronomie. Sehr schön. So. Unsere Clubstufe sollten wir noch irgendwie versuchen, ein bisschen zu erhöhen. Das wäre ganz gut. Müssen wir mal schauen. Und wir bräuchten noch ein paar Schilder wahrscheinlich, oder? Powernap. Hier haben wir doch jetzt. Stufe 5. Sehr gut. So. Wir sollten das County-Koch-Duell noch gewinnen. Und dann haben wir unseren zweiten Stern auch schon. 30 Knochen. Das ist doch sehr schön. Genau. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wir haben wieder eine neue Aufgabe. Eine Studentenzimmerparty sollen wir machen. Aber selbstverständlich werden wir das einrichten, dass wir eine Studentenzimmerparty machen. So. Nehmen wir... Doch, komm. Wir machen die hier hin. Zack. Eventplan. Event buchen. Sehr schön. Dann haben wir das. Ui. Wir bräuchten ein weiteres Nachhilfezimmer. Uh. Das sieht ja nicht gut aus. Das werden wir mal kopieren. Zack. Und das geht quasi einmal hier einher. So. Und dann werden wir hier auch gleich noch einen weiteren einrichten. Äh, einständig einrichten. So. Yolanda. Styles. Was ist mit dir? Schwache Blase. Uh. Hier nehmen wir den. So. Hausmeister zum einigen Stopp. Das genug Leute hier in Nachhilfe mit dabei sind. Genau. Dann hätten wir hier noch weitere Plätze frei für einen Schlafsaal. Wir hätten noch einen Vorlesungssaal, den wir hier hin platzieren können. Und noch ein weiteres Wissenschaftslabor. Das könnten wir alles hier hin schmeißen. So. Da meine Studenten sich auch mal vielleicht gerne duschen würden, würde ich dann hier noch einen kleinen Duschraum hinpacken. Wollte ich gerade sagen. Aber erst mal unseren monatlichen Gewinn abgeholt haben. Und der Wunsch nach einem Rahmenkiosk ist da. Na, aber selbstverständlich werden wir diesen Wunsch erfüllen. Das werden wir machen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde den gerne wieder hier mit hinpacken. Dafür müsste ich aber... Na, komm mal her. Und dann hätte ich gerne die Hecke. Hecke, 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 Hecke. Flache Hecke. Hier, genau. Zack. Und meine kleinen Blümchen. Die kollidieren damit. Wie geht denn das? Das. Echt, die kollidieren? Okay. Die kollidieren denn nicht. Habe ich da was anderes gebaut? Nö, sieht nicht so aus. Ach, wer weiß. Wer weiß, was hier schon wieder los ist. So, da kollidieren denn nicht. Hm. Na gut. So. Wir wollten ja einen Rahmenkiosk bauen. Objekt platzieren. Zack. Zack. Wir brauchen noch einen Assistenten. So. Wir nehmen mal... Dich hier. Was ist mit dir? Stehlandblaser. Perfekt. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben... Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Sieben. Oh, das ist ja gar nicht gut. Dann brauchen wir ja nochmal Studenten. Nicht Studenten, sondern... Wie heißt es? Assistenten. Wortfindungsstörung fängt schon wieder gut an. Hervorragender Kopfhörgiene lässt Müll fallen. Ja, den nehmen wir noch als Sicherheit. Und dann sollte es passen. So, brauchen wir Hausmeister auch noch. Dann werden wir uns noch einen Hausmeister zulegen. Mh, dich nehmen wir. Zack. Und dann werden wir uns da noch einen Mülleimer hinschmeißen. So. Das sieht gut aus. Und hier werden wir uns dann auch noch ein bisschen was hinmachen. Glückwunsch. Du hast das County-Koch-Duell gewonnen. Deine Studenten sind die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Und zwar mit Doppelschlagsahne. Sehr gut. Und wir sollen Campus Stufe 12 kriegen. Das werden wir uns natürlich auch noch einheimsen. So, was haben wir hier? Genau, unser Koch-Duell. Und wir werden uns noch ein bisschen alles verschönern. So. Genau. Annehmen. Ja, die Promotion von Sheezy Gubbins nehmen wir auch an. Und dann werden wir mal gucken, wie wir hier noch was verschönern. Auf jeden Fall werden wir noch den Duschraum hier hinpacken. Den werde ich noch, oder möchte ich noch gerne haben. So, zwei Duschkabinen und zwei kleine Waschbecken. Ein Posterseife. Oh, das hätte ich ja eigentlich gerne. Nee, kann ich mir aber nicht leisten. Dann werden wir uns noch die Handtuchtrockner leisten. Und wenigstens einen Duschraum haben. Genau, das sieht auch schon mal ganz nett aus. Wir werden das Schild hier einmal drehen. Zack. Und hier hätte ich gerne noch so ein Powernap-Schild. Eigentlich gerne daneben. Zack. Dazwischen eine Pflanze. Genau. Das ist mein Wunsch. Und dann werden wir... Hm. So einen Kabriotisch hier hinstellen. Der hat doch auch noch was. So. Ein Wasserspender. Wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn wir den... Einmal hier hinstellen. Und vor dem Duschraum hätte ich eigentlich gerne auch nochmal... Zwei Pflanzen, so als Eingang. Genau. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, Leute. Und... Ja, komm, ich mache jetzt hier zwei von diesen Autos hin. Jetzt wollen wir bloß mal gucken. Wo ist denn hier vorne? Das ist hinten. Das soll vorne sein. Dann hätte ich gerne das so... Dass die Autos mit den Rücken zueinander stehen. Ich muss jetzt mal selber schauen. Genau. So rum. So. Genau. Das gefällt mir. Dazwischen... Hätte ich gerne... So ein Menü-Schild. Zack. Das sieht gut aus. Und da drüber so ein... All of Two Point Campus. Das gefällt mir, Freunde. Doch, das sieht ganz gut aus. Sehr, sehr schön. Ja, das finde ich gut. Dann können Sie hier nochmal die Leute, die ein bisschen besser befreundet sind, miteinander was veranstalten. Und hier hinten werden wir uns dann jetzt auch noch widmen. Ja, ja. She's Goblin ist unterwegs. Obwohl, wartet mal, Leute. Den hier werden wir woanders hinstellen. Den schmeißen wir. Hm. Also die großen Teile hier, die gefallen mir noch nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich noch nicht so der Freund davon, wo ich die hinschmeiße. Das muss ich mir noch überlegen. So. Durchschnittliche Getränkewertung von 70%. Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Das werden wir machen. Es ist alles hier zu weit weg, sagen Sie. Und hier müssen wir auf jeden Fall auch noch mit Getränkeautomaten arbeiten. Dann werden wir das mal schnell machen. Dass wir uns hier noch Getränkeautomaten hinstellen und Snackautomaten. einen da hin und einen da hin. Passt dann hier zwischenzufällig der Mülleimer? Ne. Dann kommt man nicht mehr ran. Hm. Dann müssen wir den hier doch wahrscheinlich so hoch machen. und den Mülleimer dann hier an die Ecke hinstellen. Ja. So. Und dann kann sich einer hier hinsetzen. Und einer. Naja, sieht ein bisschen sehr eng aus. Nee, kommt. Dem müssen wir auf jeden Fall woanders hinstellen. So. Dann machen wir das so. Und Hm. Das gefällt mir hier hinten aber auch nicht so wirklich. Ach, ich hab noch nicht so die zündende Idee, was wir hier alles hinstellen. Das ist mein Problem. Ich müsste eigentlich wieder was freischalten, aber ich bin Kudosch. geizig. Wieder mal. Definitiv. Hm. Hm. Nee, wir lassen es erst mal so. Wir lassen es erst mal so. Aber auf jeden Fall haben sie erst mal hier trinken und essen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Sie können sich hier hinsetzen und warten. Genau. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Doch, Leute, das gefällt mir. Das finde ich gut. Wir müssen jetzt, wie gesagt, nur noch Campus Stufe 12 so rum. Campus Stufe 12 hinkriegen. Das wäre auf jeden Fall noch etwas, was wir machen müssen. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge tun. Ich hoffe, ihr hattet jetzt wieder Spaß dabei. Und falls ja, lasst mal ein Abo da. Kommentiert mal. Liked mal. Da würde ich mich total drüber freuen. Mit diesen Worten sage ich, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.